Unvorstellbare News von den Klimaklebern. Aber jetzt für sie selber schlecht. Nicht für uns als Betroffene, sondern für sie selbst, dass sie diese Hände hier bald nicht mehr haben werden vielleicht. Und da muss ich wirklich schlucken, das ist eine ganz, ganz kranke, krasse Vorstellung. Heute AT hat darüber berichtet. Schockdiagnose. Klimaklebern droht jetzt die Amputation. Denn dazu muss man wissen, einige von den Kandidaten gehen ja hin und kleben die Hände nur in Anführungsstrichen mit Sekundenkleber fest. Einige haben einen anderen Kleber mittlerweile verwendet. Kam vor ein paar Monaten auch raus. Irgendwie eine speziellere Mischung und so weiter. Noch ein paar andere und die Kandidaten, speziell die am Flughafen in Düsseldorf und in Hamburg in der letzten Woche die Blockaden gemacht haben, haben wohl laut diesem heute AT-Bericht auch noch mit mehr Komponentenkleber gearbeitet. Also wer mal mehr Komponentenkleber verwendet hat und hat versucht danach irgendwas zu lösen oder sonst was. Oder auch Epoxidharz benutzt hat. Der weiß, was fest ist, ist wirklich für immer fest im schlimmsten Fall. Also wirklich ganz, ganz krass. Das Material härtet nach einiger Zeit aus und bewirkt, dass die Hände dauerhaft blockiert werden. Das wiederum kann zu einer Amputation der Handextremitäten führen und genau das könne nun der Fall sein, berichtet The Telegraph. Klar, da müssen jetzt Ärzte gucken, ob man da irgendwie das Ganze irgendwie noch freimachen kann und alles Mögliche. Es erinnert aber auch an die Situation aus dem Dezember letzten Jahres, als der Kandidat, ich glaube, er war ja so einer der Ersten, die das überhaupt gemacht haben mit einem stärkeren, krasseren Kleber, so dass wiederum die Feuerwehr und die Polizei hingehen mussten und mussten ihn mit dem Presslufthammer rausholen. Hier in dem Fall gesagt, ein gerader Schnitt mit der Flex gemacht. Wahnsinn. Und das muss man sich überlegen. Was für ein Risiko gehen diese Menschen hier ein? Erstmal für uns das Risiko, auf der Straße zu sitzen, so dass wir nicht mehr pünktlich zur Arbeit kommen, vielleicht ins Krankenhaus kommen, zum Arzt kommen, zu wichtigen Terminen, die man wahrnehmen muss. Vielleicht liegt jemand gerade im Krankenhaus, den man zum letzten Mal besuchen möchte, kommt nicht rechtzeitig hin. Oder aber Rettungswagen, die blockiert werden, wo ich auch schon häufiger in den letzten Monaten darüber berichtet habe. Ist ihnen alles egal. Und gleichzeitig ist ihnen auch das persönliche eigene Leben egal. Zumindest Körperteile egal. Weil dieses Risiko, wenn ich hingehe und benutze Epoxidharz, Leute, ich träume davon, eine Garage zu haben und den Boden mit Epoxidharz zu machen. Wer das mal gesehen hat, super geil. Dann schön mit diesem Streuzeug da rein, eine richtig schöne Amigarage. Einfach ein Traum. Ich käme doch nicht auf die Idee, meine Hand da reinzuhalten. Also da bin ich leider ein bisschen, oder was heißt leider, bin ich anders eingestellt. Das ist wirklich so unvorstellbar. Und das ist eine, da sträubt sich mir jedes Nackenhaar. Ganz, ganz grausame Vorstellung. Und so schlimm das ist, was die machen und alles, das wünsche ich wirklich absolut niemandem. Weil das so eine Horrorvorstellung für mich persönlich wäre. Interessant ist, weitere News von der Blondine, über die ich ja auch berichtet habe. Ich nenne sie so, hat da auch jemand geschrieben. Nenn sie doch nicht Blondine, wie soll ich sie denn sonst nennen? Frau? Ja gut, wir könnten sie Frau nennen oder blonde Frau von mir aus. Ich kenne keinen Namen von ihr. Beim Lkw-Fahrer konnte man das mal runter aufbrechen, was er gemacht hat. Bei ihr soll ich sie jetzt nennen Haarzieherin? Ist schwierig. Auf jeden Fall berichtet sogar jetzt hier am 18. Juli die amerikanische Presse, speziell in New York, die New York Post über die Dame. Brutal Blond drags climate activist by the hair to stop her from blocking traffic. Eine wahnsinnsgeile Schlagzeile, die hätte von mir sein können. Props gehen raus. Sehr, sehr krass. Und wir erinnern uns daran zurück, ihr wisst das ja. Die Dame ist ja hingegangen und hier sieht man ja die Aktion, hat eine andere Klimakandidatin auf dem Boden an den Haaren so ein bisschen von der Straße runtergezogen. Und ich hatte auch darüber berichtet, dass ihr ja dann daraufhin eine Geldstrafe gedroht hat. Und wenn wir uns den Artikel hier nämlich nochmal angucken, erinnern wir uns zurück. Und da hieß es ja, es könnte sein, dass sie bis zu drei Nettogehälter zahlen müsste. So wie der Anwalt hier, Rechtsanwalt Arndt Kempkins, das Ganze eingeschätzt hatte. Und das alleine ist eine riesengroße Gefahr, wenn die Frau jetzt nicht sonderliche große Rücklagen hat, sondern wirklich drei Nettogehälter zahlen muss. Hoffentlich kann sie es abstottern, wenn sie die Vermögenswerte nicht am Konto hat und direkt Cash bezahlen kann. Hoffentlich kriegt sie eine Ratenzahlung. Ansonsten gehen an sowas wirklich Existenzen kaputt. Und die Frau, ich weiß nicht, ob, ich glaube nicht, dass das generell eine aggressive Person ist oder ähnliches. Ich glaube, sie hat einfach es bis hier stehen gehabt, wie viele andere von uns auch. Und es war so in dem Flow, dass ein paar andere die anderen Kandidaten da weggetragen haben. Und sie als Frau, ja gut, wie will sie jetzt die komplette Frau da hochtragen, auch wenn sie offensichtlich ins Fitnessstudio geht, ziemlich fit aussah. Das war jetzt ihre Lösung, das zu machen. Dass das natürlich zu krass ist, muss man natürlich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Und genauso, das ist Ruhrpott, Leute. Das ist Ruhrpott, wie sie sich dann auch ausgedrückt hat und zu der Frau das F-Wort gesagt hat. Das kam natürlich ebenfalls nicht gut an, sodass jetzt Ermittlungen laufen. Und jetzt habe ich hier durch Zufall, weil es nicht auf den Titelseiten zu sehen war, aber noch diesen aktuellen Artikel gefunden. Neues Video von Klimakleberangriff. Rabiata Blondine drohen fünf Jahre Haft. Stellt euch das mal vor. Fünf Jahre im Maximum natürlich, klar, keine Frage. Aber das ist eine krasse Aktion, denn, wie es hier heißt, nach Kleberaktionen der Klimakaoten von Freitag ermittelt die Polizei nicht nur gegen die Aktivisten, sondern nun auch gegen Passanten und Autofahrer. Wie gesagt, hatte ich darüber berichtet. Mit dem F-Wort hatte sie ja hier die Dame da auf dem Boden beleidigt. Und nochmal, gerade im Bottrop, im Pott, das ist eine normale Grußform, würden böse Zungen sagen. Nein, ne, aber hier, in den spöttlichen Kontamen, das passt, den habe ich nämlich bei mir in den Videos auch gelesen. Kommen Sie nach Bottrop, kriegen Sie oben einen Kopptrop. Ne, vielleicht kennt ihr das ja. Ich kannte es ehrlich gesagt nicht, aber das ist schon passend. Ich liebe den Pott einfach. Die Leute, liegt das Herz auf der Zunge. Man muss mit klarkommen, immer komme ich das auch nicht, aber es ist ein angenehmer Ton. Ich finde es in Ordnung, ich finde es in Ordnung. So, aber hier heißt es auf jeden Fall. Gegenüber den Beamten äußerte die Aktivistin, dass sie leicht verletzt sei. Daraufhin habe sie Kollegen von sich aus eine Strafanzeige geschrieben, so die Polizeisprecherin Corinna Kutschke. Aber, da die Beamten keine Personalien von einer blonden Frau haben, wurde erst einmal Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Zitat, wir haben jedoch sehr gute Bilder von ihr aus dem Video. Wegen Körperverletzung kann eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe auf sie zukommen. Stellt euch das mal vor. Wegen solch einer Schwachsinnsaktion von beiden Seiten, muss man dazu sagen. Sie hätte es ja mit einem anderen Typen, der da rumgestanden hätte oder einer Frau von mir aus auch, die ein bisschen kräftiger ist, wegtragen können. Und nicht diesen hier machen müssen. Wisst ihr, es liegt halt wirklich nur daran. Ja, und dann hier auch gegen die drei Klimaakuroten wurden Anzeigen geschrieben, wegen Nötigung, Straßenverkehr, wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Zur Auswertung liegen der Polizei etliche Videos vor und so weiter. Und in der Pressemitteilung heißt es, in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft werden die vorliegenden Videos und Fotos auf strafrechtliche Relevanz geprüft und ebenfalls Strafverfahren eingeleitet. Ja, was muss man da bei den Klimakandidaten noch groß überprüfen? Dass sie die Straße blockiert haben, soll doch wirklich alles beweisen. Meiner Meinung nach, da gibt es ja kein Padu oder irgendwas drumherum zu reden. Sie haben das ja getan. Punkt. Und dann muss das jetzt auch endlich mal richtig bestraft werden, oder? Auch noch interessant ist dieses Video. Das hatte ich auch bei Twitter schon gesehen. Da sieht man das. Ein Mercedes-Fahrer hat sich hier versucht, daran vorbeizuschlängeln. Er hatte auch vorher die Tür aufgemacht. Das fand ich ein bisschen amüsant, muss ich sagen. Und dann ist er weitergefahren und dann sieht man das hier. Hier hat sich der Klimakandidat hingelegt, weil ganz ehrlich, also ich sehe nicht in diesem Video, dass der von der Mercedes wirklich angefahren wurde oder ähnliches. Also das halte ich für unsinnig. Aber nichtsdestotrotz, hier werden natürlich auch Anzeigen gegen den Mercedes-Fahrer laufen, beziehungsweise Überprüfungen laufen, ob der sich strafrechtlich irgendwie relevant gemacht hat. Also was hier mittlerweile los ist, nochmal, das liegt bei unserer Innenminister Nancy Faeser, hier vorzugehen, dass die Bürger gar nicht mehr so reagieren. Das ist doch ganz einfach. Oder sehe ich das falsch? Schreibt mal unten rein. Was haltet ihr davon? Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.